Senden ist eine Stadt im schwäbischen Landkreis Neu-Ulm. Die Gemeinde gehört zur Region Donau-Iller in Mittelschwaben. Sie liegt 12 Kilometer südlich von Ulm und 45 Kilometer nördlich von Memmingen. Geografie Die Stadt Senden liegt an der Iller und grenzt direkt an Baden-Württemberg. Die Stadt gehört dem Donau-Iller-Nahverkehrsverbund an. Zum westlich der Iller gelegenen Stadtteil unterm Schloss führt die Straße ein kurzes Stück über das Gebiet der Nachbargemeinde Iller-Kirchberg. Was diesen Stadtteil zu einer funktionalen Exklave macht, Senden grenzt an die Gemeinden Neu-Ulm, Pfaffenhofen, Weißenhorn, Führingen und Iller-Kirchberg. Geschichte Am 7. Juni 1975 wurden dem Marktsenden die Stadtrechte verliehen. Am 1. Juli 1970 wurden die bis dahin selbstständigen Gemeinden Hittistetten und Wohlenstetten eingegliedert. Am 1. Juli 1971 kam Mai an der Iller hinzu. Witzighausen und der Ortsteil Freudenig der Gemeinde Gellenhofen kamen am 1. Juli 1972 hinzu. Aufheim folgte am 1. Januar 1978. Politik Der Gemeinderat gliedert sich nach den Kommunalwahlen 2014 folgendermaßen. Die CSU hält 11, die Freie Wählergemeinschaft 6, die SPD 5, die Grünen 4 und die bis 4 Sitze. In Gold unter einem erhöhten blauen Wellenbalken eine blaue heraldische Lilie. Der Wellenbalken deutet die geografische Lage an der Iller an. Die Ortsgeschichte ist seit dem Mittelalter 300 Jahre mit der Fugerschen Herrschaft Kirchberg verbunden. Dies kommt durch die Lilie zum Ausdruck. Seit 1998 unterhält die Stadt Senden eine Städtepartnerschaft mit der italienischen Stadt Piovedisaco. Bereits seit 1977 ist die Gemeinde Uffholz im Elsass mit Aufheim und nach der Eingemeindung Aufheims 1978 mit der Stadt Senden partnerschaftlich verbunden. Außerdem besteht seit 1975 eine freundschaftliche Verbindung mit der Gemeinde Senden in Westfalen. Kultur und Sehenswürdigkeiten Kulturelle Veranstaltungen finden hauptsächlich im 2002 eröffneten Bürgerhaus statt. Daneben tragen verschiedene gemeinnützige Vereine zum Kulturengeschehen in den jeweiligen Ortsteilen bei. Die Städt Musikschule beteiligt sich mit den verschiedensten Konzerten am Kulturengeschehen. Bauwerke Rokoko Kapelle Maria Hilf Ei Wallfahrtskirche Maria Geburt Witzighausen Pfarrkirche Sankt Johannes Baptist Aufheim Bürgerhaus mit einer 5600 Jahre alten Moorreiche sowie einem Sühnekreuz von 1320. Die Sankt-Jodock-Kirche in Senden am alten Friedhof die schon im 18. Jahrhundert erbaut wurde. Wirtschaft und Infrastruktur In Senden ist der größte Arbeitgeber das nach eigenen Angaben größte Möbelhaus Europas die Möbel in Hofer GmbH und Co. KG Die Ester Apparate Bau GmbH und Co. KG stellt mit Peter Kulitz den Ulmer IHK-Präsident und dieser steht außerdem an der Spitze des baden-württembergischen Industrie- und Handelskammertags. Weiterhin war die frühere Spinnerei und Weberei Sendenei sowie die Uhrenfabrik Senden GmbH in der Gemeinde angesiedelt. Verkehr Die Bahnstrecke Neu-Ulm-Kempten Die sogenannte Illertalbahn teilt das Stadtgebiet. Mit ihr gibt es im Stunden Takt Fahrtmöglichkeiten sowohl nach Ulm als auch nach Memmingen. In Senden zweigt die Bahnstrecke Senden Weißenhorn ab. Sie weist eine Länge von 9,6 km auf. Die Strecke wurde am 15. September 1878 eröffnet und bent Weißenhorn an die Hauptstrecke Ulm-Memmingen an. Der seit Anfang der 1960er Jahre ausgedünnte Personenverkehr wurde 1966 eingestellt. Güterverkehr wird auf der Strecke weiterhin betrieben. Seit Dezember 2013 wird diese Strecke wieder regelmäßig im SPNV im Stundentakt bedient. Das Stadtgebiet Senden wird in Nord-Süd-Richtung von der Staatsstraße 2031 der ehemaligen Bundesstraße 19 durchquert. Senden hat einen Anschluss an die als Autobahn ausgeschilderte Bundesstraße 28, die wiederum bei Hittis-Tetten am gleichnamigen Autobahndreieck in die Bundesautobahn 7 mündet. Senden liegt auch am Miller-Radweg einer Fernverbindung für Radfahrer zwischen Ulm und Oberstdorf. Öffentliche Einrichtungen Im Stadtgebiet Senden befinden sich die vier Grundschulen auf Heim-Ei-Senden und Wohlenstetten sowie die Hauptschule Senden. Die nächste Berufsfachschule ist die städtische Wirtschaftsschule Senden. Zudem existiert die Lindenhof-Schule Senden, ein privates Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt geistiger Entwicklung. Im Stadtgebiet Senden gibt es unter anderem eine Eislaufanlage, ein See- und Hallenbad mit Physiotherapie, Praxis und Sauna, verschiedene Badeseen und den Stadtpark mit Minigolfanlage, Kinderspielplatz und Kneippanlage zum Wassertreten. In den ersten beiden Ferienwochen im Sommer findet die Stadtrande Erholung Senden eine Kinderfreizeit im Stadtpark statt. Bekannte Persönlichkeiten Therese Studer, erste hauptamtliche Sekretärin der katholischen Arbeitnehmerbewegung Süddeutschlands Wilhelm Otto Dietrich, Paläontologe Wilhelm Dreher, geboren in IA, D. Iller, Politiker, Reichstags-Geordneter Hans Mayer, geboren in Freudenig, deutscher Gewerkschafter und SPD-Landtagsabgeordneter Hans Mayer, geboren in Freudenig, deutscher Gewerkschafter und Freudenig, deutscher Gewerkschafter